hallo und herzlich willkommen bei den verrückten holzfeiler mit uns der liebe basti und der liebe ollie hallo hallo unterstände ran marion malzeit na warte kommt doch kommt doch fang ich doch ja ich bring da mit der kentensäge um mir ok weil ich hier rauskomme das ist das was anderes ja warum machst du sowas das kann ich jetzt gar nicht verstehen ja da da bist du naja warte den weg nein bist du nicht da die ist nicht hier ist ein ballen ein ball nur gut dass man mal holz gemacht hat ne das finde ich mal lief auch schon den ball wieder der ballen war auf dem feld ja ich dachte wir haben die schon eingesammelt die zwei lagen noch da sind beide jetzt zerquetscht dieses sturmtief schlimm ja wie ist es nun mal sturmtief maian ja 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 äh etwas mit mit es hat mit bären vor allem mit bären basti bastl so in etwa das kann mich nicht erinnern also Federbericht hat irgendwas von dem hajan gesagt mhm die nutzen doch keine deutschen Namen in Slowenien äh nein hehehe hehehe erwischt hehehe was für ne Bedeutung hat denn eigentlich der Name Marjan? Bedeutung? ja uff woher kommt er? äh ehrlich gesagt ich hab keine ahnung schlimm ich hab niemals äh 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 sicher sovon nachgedacht ja schade ich kann fürs nächstes mal äh 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 schade ich weiß nicht würd ich aber auch machen weil ich hab's mal gewusst ähm ähm mein Name aber ist schon Ewigkeiten her hm ich weiß bei dir? ja ok hing mit Olivenbauer zusammen ah ok nachher kommt das Olivenbaum Olivenbauer ok ich weiß nur noch soviel dass meins also mein Name und aus dem Altdeutschen kommt hm hm lacht dich auf ja das weiß ich jetzt aber die Bedeutung weiß ich auch nicht ja wie gesagt das ist schon irgendwie sehr wohl ich meine Macht besaut hat das äh was mein Name bedeutet macht man ja auch nicht grad häufig ne mich wirklich ich kann ja mal in die Kommentare schreiben wenn jemand weiß ich die Bedeutung weiß ja ja würde uns mal interessieren gibt manchmal schöne Herkunft hm stimmt ist manchmal sehr interessant hm auf jeden Fall und daneben ich weiß hier zum Beispiel bei meiner jenzen Tochter oder noch die Bedeutung kommt aus dem skandinavischen heißt wegen ok 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 cool ja ich bin bei der Mittag und weiß auch noch äh äh dein Name kommt aus dem französischen heißt äh 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 der König ah ok übersetzt hm 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 alle zwei drei Jahre und die Kinder die Religion nachgefragt und was gar keine Ahnung hat man geschaut ja Mannheim hat man geschaut ja mein großer muss das für die Schuhe nach ist Kauke Kauke Rundz die 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 Schichtentaktur können was 3 3 bis nicht so weit so steht der Traktor mit dem in den Baum gewünscht Werden den da stehen gelassen also ich nicht, ich sitze in dem noch also ich habe auch keinen Gefahren mehr ich kämpfe mich mal zur Schreinerei sieht auf jeden Fall sehr abenteuerlich aus ich habe rundum leuchten, das geht ok auf jeden Fall hast du auch Überbreite, Überhöhe ja, ein kleines bisschen hier könnte fast noch gehen, das weiß ich nicht das kann auch täuschen, aber könnte auch kleines bisschen hoch sein aber Landwirtschaft darfst du höher Überbreite hast du P4G? ja, achso ja, die erste sind höher, auf jeden Fall ich gehe in die inneren Sicht, da sehe ich das eh nicht oh man auf jeden Fall lässt es sich manchmal ein bisschen schwammig fahren hmm ach, das ist nur warum ja kann ich gar nicht verstehen ich auch nicht wo ist denn jetzt mein Raptor hin? hier ist kalt, ach da ich bin nur gespannt, ob ich den Berg jetzt hier hochkomme ja, nicht nur du ich auch gerade der fliege ich auch gerade einen Berg hoch wie ein Raptor also mit dem solltest du keine Probleme haben naja, er hat das schon ganz schön zu gänzen wer hat denn hier die Laterne an der Schreinerei gestellt? pfff pfff wieso? ich hing mit der Äste dran aha durch, durchgezwungen oh, 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 oh hier ist aber oben hier hallo, neue Lieferung da war ja schon einer oh, da kam aua 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 au 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 Prozent Peter Wumpf und Föhnisch und man soll am Anfang hier musste in den Berg und der Brüder um erkämpft das stimmte genau dann die Autos kann meist Ja, 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 ja... Komm immer wieder, komm immer wieder, komm schon mal. Boom, sonnen wir jetzt. Maja und Anubi, also wir haben die Arbeit hier. Ja, wie bitte? Hast du was gesagt? Hast du was gesagt? Ich hab nichts gehört. Hm. 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 Naja, bis März sollten wir fertig sein. Oh, definit. Was ist denn hier? Das ist ja alles aufgabe hier. Hey! Hey! Oh Gott. Oh mein Gott. Ja bitte. Oh mein Gott. Oh mein Gott, schmeißt hier mit Äste. Guck mal, der Boss ist abgehauen. Ja, ich weiß, hab's gesehen. Wer lässt uns einfach alleine. Wer lässt uns einfach alleine. Dann sieht er wenigstens das gerade nicht. User in your channel timed out. Oh, hat er gleich komplett abgeschaltet. Ja, ja. Zufall wir entschuldigen an der Stelle unseren Majan, aber... Ja. Er hat keinen Bock mehr auf uns gehabt. Nein. Passt nicht. Ja. Aber er kommt schon wieder. Ja. Ja. Ah. Kleiner Disku nicht. Passiert. User was moved to your channel. Hallo. Warum lässt uns allein pass? Ähm. Rein passt nicht. Technische... Technische Probleme. Wenigstens kannst du dann noch mal abmotorieren. Aha. Darfst du jetzt Elend auch erst in der nächsten Folge wieder anfangen. Bis dahin haben wir ein bisschen Zeit zu verschwinden. Genau. Aha. Also ich reich schon mal Urlaub ein, ne? Bitte? Was reicht denn? Wie bitte? Urlaub vom Urlaub. Aha. Oh. Ja, liebe Leute. Wir sind leider schon am Ende der Folge. Du hast ja Erfahrungen gemacht.